12 Grad hat es hier unten im Rammelsberger Stollen, das ist ganz schön eigentlich, wenn es draußen so richtig heiß ist, aber ansonsten dunkel und ein bisschen muffig. Ja, und da ist er dann nun auch der letzte Förderwagen hier vom Rammelsberg. Vom Juni 1988, da hat man gesagt, jetzt kommt nichts mehr raus, jetzt ist eigentlich die Fördermenge zu gering und damit war es das hier. Seitdem ist das Bergwerk nur noch ein Besucherbergwerk.